Nach 28 Jahren Ehe mit seiner Ramona, will Jürgen Dreefs es noch mal wissen und überrascht jetzt damit. Wovon träumen Sie, wenn Sie an Ihren Ruhestand denken? Von einer weiten Reise? Oder vielleicht einem eigenen Garten? J. Jürgen Dreefs hat einen sehr romantischen Plan für seine Rente. Er möchte noch einmal ja sagen zu seiner Ramona, 49. Dritte Hochzeit. Jürgen Dreefs und Ramona wagen den Schritt vor den Traualtar. Aller guten Dinge sind drei. Schon zweimal hat der König von Mallorca seiner Ramona das Eheversprechen gegeben. 1994 auf Mauritius und 2012 in Venedig. Wo nun die dritte Hochzeit stattfindet? Das überlegen wir noch. Aber wir machen das. Denn Ramona ist mein Ein und Alles. Mein Halt, sagt Jürgen mit Tränen der Rührung in den Augen. Diesen Halt wird der Schlagersänger in Zukunft brauchen. Er leidet an Polyneuropathie, einer Nervenerkrankung, bei der man Füße und Beine nicht mehr richtig spüren kann. Jürgen Als ich kürzlich die Treppe runtergehe, bleibe ich mit dem linken Fuß hängen. Ich dachte, ich stürze runter. Aber ich hatte Glück. Die Krankheit ist auch der Grund, warum Jürgen sich nach einer letzten Show bei Florian Silbereisen von der Bühne verabschieden wird. Doch Trübsal bläst Jürgen nicht. Mein Schatz und ich wollen einfach nur noch in den Tag reinleben. Dann überlegen wir. Engel, wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Keine festen Termine, kein Wecker. Nur Zeit für uns. Diese Freiheit stellen wir beide uns unglaublich schön vor. Und dann überlegen wir, wenn wir einen Kaffee trinken gehen, können wir einen Kaffee trinken gehen.